Aaaaaaah Woll, spreng dir alles! Ein Drache kennt keine Angst! Oho! Es geht doch nichts besseres als einen schönen Bad am frühen Morgen. Los! Ich renne, ich renne, ich renne, 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 rennen! Au! Ihr könnt mich mal! Wow! Aaaaaaah Hm-mhm Ich dann so Kann es kippen? Es kann kippen! Ja! 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 Hä-hä! Den möchte ich mich noch nicht anlegen! Wowuu! Was rutsche! Oh, hallo. Ei, 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 das ist ja unfair. Das war knapp. Oh Gott, ich bin hier wieder. Der ist wie so ein Zeichen. Der hat es auch nicht geschafft. Gibt es ja auch hier in unserem Spiel einen Raketenwerfer. Oder irgendwas, wo ich die sehe. Au. Das Spiel habe ich auch schon so lange nicht mehr gespielt. Keiner weiß, was das jetzt gemacht hat. Okay, ist kaputt. Au. Ich gehe da lang. Aber was schießt ihr eigentlich? Alter, ich habe gerade FPS-Einbrüche. Alter, es geht gar nicht. Ich mache mal kurz hier ein Kart. Ich schaue mal kurz, was es hier für ein Problem gibt. So, jetzt geht es wieder. Oh, no. Alter. Okay, Leute, ich sage mal, das war es jetzt mal hier. Bis hier, ich spiele es da nicht mehr weiter. Aber, ähm, ich speichere mal hier. Und dann tun wir in der nächsten Aufnahme hier wieder weiterspielen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme bei Half-Life 2. Bis dann. Tschüss, tschüss. 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 Vielen Dank.